Aber jetzt geht es los. Lindberg gegen Bitter. Und in diesem Moment holt er tatsächlich den Heber rauf. Wie cool bitte ist dieser Hans Lindberg. 1224 7-Meter-Tore in der Handball-Bundesliga. Kein Spieler hat jemals mehr erzielen können von der Linie als Hans Lindberg. Da geht auch das Tor von Tissier hier leider ein kleines bisschen unter.